Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Empyrean in der Alpha 10 Experimental mit dem Feljack. Ja schön dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin immer noch auf Erdsuche. Ja wir gehen jetzt mal zum Siliziumlager. So ein Stück vorfahren kann eigentlich. Ist das schon. So. Ja dann geht die Farmerei weiter. Das schauen euch kein Stück hier. Ihr müsst alle leiden. Leiden müsst ihr. Genau wie ich. Ja. Und dann werden wir gleich mal gucken dass wir unser Raumschiff bauen. Nur noch das bisschen hier. Das ist so glaube ich das war echt noch ein kleines. Ah die Raptoren kommen. Dann komm mal runter wenn ihr wollt. Ja und dann lasst uns dann lasst uns mal eine Alien Basis dann suchen. Beziehungsweise haben eigentlich nicht so guten Stuff da drin. Hoffe ich sterbe dann nicht tausend Tode oder so. Und hoffentlich wird es eine richtig dicke Base. Oder richtig fetten Loot rausfahren können. Was geht nicht darauf. Ach. Aufklärung ist weg, kein Problem, das ist kein Problem. Das ist kein Problem, das ist kein Problem, das ist kein Problem. Das ist kein Problem, das ist kein Problem, das ist kein Problem. Diejenigen, die da auch gespielt haben, könnt ihr euch daran erinnern, wie das früher war mit dem Miner. Also ich kann mich da noch wirklich daran erinnern. Und ja, da war das so, dass wenn ihr die Steine hier abbaut, ne? Ja, wenn man dann damals abgebaut hat, mal kurz tilgen hier. Jetzt noch eins. So. Ihr seht, also wenn man die Steine abbaut, wisst ihr, die hier oben liegen, dann fallen ja immer diese Brocken raus, ne? Diese, diese Kügelchen. Ach nein, so nicht. Zwei mit einem Schuss. Zwei mit einem Schuss. Das war schon. Die Jungs. Ähm, ich meine hier dieses hier, ne? Wenn ihr das hier abbaut, fallen hier diese kleinen Brocken raus. Und früher, wo Imperium rauskam, da war das genauso. Also wenn du hier mit dem, wenn du dann gemeinert hast, mit deinem Laser, mit deinem mechanischen Bohrer. Ich weiß gar nicht mehr, was man da noch hatte zu der Zeit. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, aber ich kann mich daran erinnern. Wenn du dann die Lage abgebaut hast, hast du dich erstmal mega tief in so ein, so ein mega tiefes Erdloch gab's dann. Da gab's noch keine Drohnen und nix. Also nicht, dass ich wüsste. Und dann sind überall diese kleinen Kügelchen immer rausgefallen. Und dann musstest du sie immer ganz umständlich einsammeln mit F und so. War nicht so wie jetzt, dass das einfach so abtragen konnte. So ein Tag im Inventar gleich drin. Nee, dann musstest du bullen, 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 bullen. Und dann sind immer diese Kugeln rausgefallen. Dann musst du aufhören, musst du die ganzen Kugeln schnell einsammeln, dass sie nicht die spawnen. Aber das ist ja richtig groß, wa? Oh man, äh. Das Mini-Lager. Gerade Kupfer ist voll wertvoll geworden. Durch die ganzen Munition, durch die Geschütze und alles. Ja, und auf jeden Fall, früher hat man halt nur Kügelchen gehabt, ne? Wie man das heute nur noch bei den kleinen Steinen hat. So waren früher die Erzlager. Die Krise gekriegt. Wann meinst du, was ich da das Farm gehasst habe? Ich hab das so gehasst. So. Ist das auch weg? Wann wir jetzt irgendwo was? Boah, hier ist alles leer, ne? Wir haben auch fast gar nichts herforscht hier. Hier ist ein Talongebiet. Aber da möchte ich jetzt ja auch nicht unbedingt was abgraben. Dann fahren wir jetzt zur Base zurück. Und ich hab ja noch ein Crash-Cockpit gefunden. Dann können wir hier eigentlich noch mal kurz rein. Eventuell. Mal hier mal reingucken, was hier noch so ist. Oh. Im Kern? Gibt's hier nicht mehr, oder? Wo geht's denn hier rein? Lustig hier so mit Holzzäune. Hier jetzt rein. Da ist doch voll lustig hier drin, ne? Ja, guck mal an. Noch ein Building-Block hier. Mal ein bisschen Stuff rausgeholt. Jetzt müssen wir hier was abwohnen. Daher ist der Kern. brauchen wir den ab gibt es auch hier ein paar komponenten hier ein paar platten wenn hier nichts von welt ist, darf er noch irgendwas gesehen da gibt es noch ein paar teile davon für mehr ist das auch nicht zu gebrauchen hier ist unser labpanel alles in seine einzelteile zerlegt man ist ja auch nicht oder also eine antenne unwichtig und sich das jetzt alles abzubauen eigentlich nicht oder nein, 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 lass mal lass mal, lass mal geht auch da rennen schauen wir uns die wreckage noch an, aber nein, baum zum nächsten, ja hier waren wir schon da waren wir auch schon, ja gut, dann zur heimat was haben wir denn, boah, guck mal hier, über 2000 eisen, über 800, aber kupfer haben wir fast gar nichts, ne oh oh, wir brauchen kupfer noch ich glaube nicht, dass wir damit hinkommen mit den noch nicht mal 200 hier reingeklitten hier hingestellt richter aus motor aus und ab in der base so richter aus richter aus mhm, was hat er denn gebaut hier? hat er alles gebaut? ne, bei den rcs ist er verreckt schon was hat er alles noch hinbekommen? was hat er alles noch hinbekommen? ähm, lass mal schauen den Radar hat er nicht gebaut die lichter hat er Generatoren 2 ähm, Tanksvater 2, ein Cockpit, Munition den zweiten Kern, den Kern, die hat er auch rcs wollte ich noch ein paar auch noch 5 rcs zwei triebwerke äh, die füße da auch nicht gebaut ja, dann mach ich eigentlich noch ähm ähm das hier keine Ahnung kann ich ihn nicht bauen ähm noch 4 stück und 100 Schuss ob das mal auf eine Dame hinkommen? bin ich ja mal gespannt ähm, Blöcke haben wir noch welche? haben wir noch welche? 1st Raumschiff und BG aber nur 47 haha also auch nichts von Welt muss auch noch ein paar mehr von machen ja, soo machen wir noch mal 100 davon oder 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 30 so viel Muni bauen wir jetzt ja nicht ja komm, dann machen wir das schon mal da sitzt er hier noch ewig rum den Kern brauchen wir grad nicht wir nehmen alles jetzt mit äh, das Ding mal direkt hier bauen äh, wo ist er? ja ist gesetzt schauen wir mal ja, der Felser ist nicht besonders schön nicht wundern da wollen wir mal hier für einen hier so mit Rundumsicht und so na, egal ähm so, wird eh so ein Pott hier so ein hässlicher naja naja so ähm ähm so RCS da ein, da ein, da ein, da ein da ein da ein da gucken wir es dann noch haben 2 RCS was baut er gerade? die Schubdüsen? ja die brauche ich jetzt noch nicht da rein noch machen ach, was war man vergessen hier bohren noch bohren noch schon verbauen ähm 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 um den runter zu drücken aber nur 2 und direkt hier hin so und hier von um den hoch zu drücken um den hoch zu drücken der wird bestimmt schwerer nicht die wo wo wir hier rein äh die richter hier kommen eins hin das wird hier was ganz schnelles da ein hin... da ein hin... da ein hin... so da ein hin... da ein hin... da ein hin... 102 RCS... das wäre richtig wendig für Enderbruder... so... ja dann lass mal gucken, wie wir die anderen Sachen auch holen... eine Gatlan ist fertig... da wird noch gebaut... oh shit... oh shit... nein das war ich doch gar nicht... so machen wir so... was habe ich jetzt noch weggenommen... ach verschwinde ich mehr... nein wir haben erstmal... die Moni... ich brauche Glöcke noch... das ist eigentlich nach oben... oder nach unten... ich mach das so ne... aber jetzt nur vergleichmäßig... also... so... so ein richtiger Pötterkahn hier... Schützer... ganz schön... ganz schön... äh... die Pötterkisten sind auch noch rein... komm mal hin... so... die Moni bauen wir wieder... ne... so... da noch ein Gatlan hin... hm... hier lang hin... bauen... oh... was ein Potter... wie hässlich der ist... mega hässlich... aber egal... da muss nur seinen Zweck erfüllen... hm... Und die Frackboxen kommen ja noch mit drauf. Mensch, der auch da. Der muss irgendwie woanders hin, ne? Der war so. Oh? Bescheuert aus, ich weiß. Egal, es kann da, wo ich bescheuert aussehen. Richtig geiler Kasten. Da habe ich schon keine Blöcke mehr. Da kriegen wir ihn ja noch bisschen hübsch. So. Hm, ich meine das jetzt. Die Front sollte ein bisschen frei bleiben. Wann ist das ein Kahn? Ja, aber ich muss das zumachen, ne? Ja, ihr habt das richtig gesehen. Ich habe das einfach zugemacht, weil ich kann das. Oh, dicht. Ach, schon hier, Alter? Schau mal. Hm, hier kommt der Gatlin. Das Monster. Ja, ein Tankkiller wird das nicht gerade, aber... Das reicht für unsere Zwecke. Reicht das erstmal? Hier baue ich mal hin. So ein bisschen Schutz haben. Alles zugebaut hier. Das ist auch schwarzen. Und genauso gut, dass ich was machen. Warte mal, das sieht auch bescheuert aus. Ne, ne. Das lassen wir mal. Das machen wir lieber. Nicht ganz so dämlich. Oh Mann, ey. Hilfe! Was baue ich hier? Ich baue nur was auf die Schnelle hier, Leute. Aber ihr seht das ja schon. So, hier waren ja von den Platten ausgegangen. Nein, nicht da rüber. Ah, ja. Ich hoffe, das reicht noch. Natürlich nicht. Oh, komm schon. Die zwei Blöcke noch ernsthaft? Mein Gott, ist das ein hässlicher Kasten. Das ist ja voll der Busser. Naja, egal. Auch nicht, er fliegt. Auch nicht, er fliegt. Und ich kann raiden. Das ist aber echt ne Rundum-Cockpit hier. Also wenn das wegballern, dann sehe ich halt aus. Ich bin ja auch lustig. Ich gehe hier in die Karre. Ich habe gar keinen Sprit. Ich gehe hier in die Karre. Ich habe gar keinen Sprit. Ich habe gar keinen Sprit mehr. Leute, ich wollte die herstellen. Ich habe gar keinen Sprit mehr. Ich wollte die herstellen. Hä? Ich habe gar keinen Sprit mehr. Ich habe gar keinen Sprit mehr. Ich muss die Promethe auch noch herstellen. Da hatten die Generatoren oben nicht noch was drin. Sprit oder so. Ich habe den Schnauhaus geholt. Dach muss auch noch gemacht werden. Ja, super. Ja, liebe Leute. Da sind wir an einem Folgen angelangt. Nein, natürlich nicht. Spaß. Ja, aber Sprit ist schon so ein Kack. Ja, pass auf. Dann haben wir uns hier ein bisschen Holz weg. Wollt ihr oben reinschmeißen? Meine Güter. Ständig diese Spritprobleme. Mit dem Flugzeug, oder was mit dem Möchtegern nach Raumschiff. Werden wir auf jeden Fall, ähm. Ja, zackt ihr mein Auge halt, ne? Ja, die zwei Zellen brauche ich mal kurz, um den überhaupt nach oben zu kriegen. Oder holen wir uns den Sprit aus dem Ding raus. Weil wir uns den Sprit aus dem Bogengleiter raus. Mein Gott, was für ein Sprit mangel ich hier habe. Ah, hellig der Tag. Ich muss echt viel sparen, ja. Ach, geht auch. Aber noch wieder 40. Ah, das ist echt. Das ist echt peinlich, äh. Ich hab keinen Sprit. Wir müssen unbedingt mehr Prom-Felder finden. Ähm, 100%. Hab ich noch was übrig da? Ne, alles weg. Oh, der frisst das, äh. Ähm, ja. Ähm, ja. Und schon. Powern. Wie dumm. Ja, der Kern steht auch noch schön schön offen. Schön schön offen ist er noch. Muss so gehen. Muss so gehen. Ähm. Dann baue ich noch mal. Wir bauen noch mal 10 davon. Dann haben wir uns mal mit. Kern haben wir auch mit. Oder können wir uns vielleicht noch Kern bauen. Oder sogar. Falls wir noch eine Basis unterwegs finden. Okay, das dauert wieder. In der Zeit können wir schon mal das Ding weg machen. Ob er noch schwerer wird. Boah, ist mir eigentlich egal. Mensch, dann so halt. Mensch, dann so halt. Nicht, dass uns der Kern in zwei Sekunden flöten geht. Gut. Was für ein Raumschiff. Er guckt aber. Das kann nur der Falljack sowas. Tatütata. So ungefähr. Äh. Ja, der Kern, ne? Wir wollten uns mal mitnehmen. Fällig. Gut, dann haben wir zwei Kerne. Ja. Der Raumschiff ist fertig. Oh. Ja, das ist ein Problem, ne? Da ist hier noch Wasser drin. Und ich weiß nicht warum. Ja, das ist das, was ich meinte. Sackig ab. Ne, doch nicht. Ja, das ist, das ist ein toller Bug. Ey, also ich kann nicht bohren. Na. Ich kann nicht bohren. Ich kann nicht, äh, keine Ahnung. Mein Gott, wie nennt ich das Ding denn, äh, Kamel oder so. Das ist das Kamel, Leute. Aber es fliegt. Es fliegt. Es fliegt. Ich fliege. Fällig fliegt hier. Ja. Oder der Buckliger. Ich glaub, den nenne ich den Buckligen. Fällig ist ein Buckliger. Oh, jetzt kann man ein bisschen der Kunden gehen. Ja. Hochlicht. Ist das an? Na, das bringt ja auch nicht die Welt. Oh, da frisst er doch ganz schön, ne? Strommverbrauch, 28 %. Joah, 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 Joah. aber nicht einfach mehr sich weiter runter oder was ich ein einziges vorkommen ist ja wir wollen nicht verkackern man sieht ja dass er mal dies auf lackern das ist seit alpha 10 sondern also das ist ja auch irgendwie ein back ist ja gar nix ist gar nix gute hose so jetzt kriegen wir da was ich wollte jetzt nicht allerdings runter fliegen ja da mal hin so ein bisschen also oben rechts auf dem redakt die inneren zwei roten dingers muss ja auch was sein wo es jetzt so neblig sein jetzt kann man meinen das kann man den buch legen gar nicht richtig sehen hier aber noch drone base geil dann fliegen wir noch gleich hier hin Kopfhärtslager also es war jetzt so langsam ok ja weiß ich schon mal ja ja jetzt weiß ich auch schuldige schütze hier tschüss 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 fälschig hier kommt jetzt ein haus dass man uns vorne das weiß ich durch den nasse hier kein scheiß ich wollte mich nur ist auch noch geschützt ja wo ich hab dich aber ich da war doch gerade so ein shitty holzbein alien ja ich komme mal oben das ist hier oben ist ja auch hier was der buckliger der ist zu bucklig aber liebe leute fälschen macht das schon hier macht er da habt ihr was zu fressen euch futter hingelegt also ganzheit ich höre sie was mache ich denn hier liebe leute aus dem hof schoffen draus und da sind wir auch einem folgen angelangt ich danke euch für zuschauen ich hoffe ihr habt es so viel spaß wie ich gerade konnte uns mal richtig schön auslassen den fischern da sind noch ein paar drinnen und die welche jetzt auch noch holen in dem sinne sage ich mal like und abo nicht vergessen schön das wird dabei war bis zum nächsten mal